Hallo Hallo Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Hallo Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Du wolltest den Islam annehmen ja? Meine Freunde, ich hab schon mal einen kommentiert, ja ein schritt mal anzusuchen Es waren in April ungefähr bei ihnen hab ich auch kommentiert Alhamdulillah Und meine Freunde sind jetzt auch bereit jetzt schon Ach so cool Wie, du hast auch bei mir Islam angenommen oder wie? Genau ich Ich war auch verlobt Aber es hat leider nicht mehr geklappt Ach so Inshallah Cool Ja gut, dann machen wir das jetzt mit deiner Freundin Alhamdulillah Super Genau Ja Hallo Ja Du wolltest den Islam annehmen Du kennst das ja sicherlich schon von deiner Freundin Alles was du machen musst und so Ja genau Perfekt Gut Soll ich dir die Schehera vorsagen oder willst du sie alleine sagen? Ja Kann ich mir das vor sagen Ja Ich sag dir das vor und du sagst mir nach Aber du weißt was das bedeutet Ja du hast dich ja informiert Ja Ja Okay dann machst du das jetzt mit der Absicht jetzt in Islam anzunehmen okay? Dass ein neues Leben beginnt inshallah okay? Ja Ja Ich sag dir das weiter Ja, super. Gut, dass wir das hinter uns haben. Wie bist du denn, wie alt bist du und wie bist du dazu gekommen? Ich bin 15 und ich beschäftige mich schon lange mit der Religion. Als erstes ein Schriftbuch mit dem Islam, ich habe beides immer am Auge gehabt. Und der Islam spricht mich halt mehr an und ich finde den Islam halt auch schöner und deswegen wollte ich halt zum Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, super. Ja, perfekt, Alhamdulillah, freut mich auf jeden Fall. Hör mal, ich schicke gleich deiner Freundin auch nochmal so einen Link, da könnt ihr drauf gehen, da kriegst du Bücher zugeschickt. Wo wohnt ihr, in welcher Stadt wohnt ihr? In Frankfurt. In Frankfurt, okay. Ja, super. Perfekt. Gut, dann schicke ich dir den Link zu und falls du irgendwas, hast du auch Instagram? Ja, habe ich. Gut, du kannst mich, pass auf, dann kontaktier du mich am besten, dann lasse ich dir das direkt selber direkt zukommen. Da kriegst du dann auch nochmal so eine Bestätigung zugeschickt, so eine offizielle. Und Bücher zugeschickt, wo allgemeine Informationen zum Islam drinstehen, nochmal, damit du dich richtig informieren kannst. Und falls du irgendwelche Probleme hast, versuche mich einfach zu kontaktieren, okay? Dankeschön, ja. Gab es irgendwie so ein, hast du dir auch vorher so ein paar Videos angeguckt von uns über Islam? Ja, ich habe mir sehr viele Videos angeguckt. Meine Freundin hat mir sehr viele Videos gezeigt und ich habe mir wirklich die Zeit genommen, um alles gut durchzugucken. Und wo ich es halt angeguckt habe, da, ich fand, ich bin wirklich die Tränen gekommen, weil ich das so schön fand, dass ich die Wörter. Allahu Akbar. Und ich fühle mich auch viel wohler so. Super, perfekt, Alhamdulillah, super. Freut mich riesig. Guck mal, was du nachher auch noch machen musst ist, oder machen solltest, ist, dass du praktisch so eine Dusche nimmst. Das ist so wie, als wenn du alle Unreinheiten von dir abwischst, okay? Okay. Wenn du nach Hause kommst, inshallah, ich weiß ja nicht, wo ihr seid, okay? Dann wünsche ich euch was, macht's gut und melde dich, dann schicke ich dir das zu, okay? Dann schicke ich dir auch ein paar Videos, wo dir nochmal alles erklärt wird, die ersten Schritte, okay? Okay, dankeschön. Nichts zu danken. Das Imperium schlägt zu dir, inshallah, assalamu alaikum.